5. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 5. 6. 5. 5. 6. Ab den vorletzten Buchstaben bekommt man zwei Versuche. Alle Entscheidungen in Richtung Landen und Sauberkeit fällt ja Schiedsrichter Marvin. Das, was Bärle hätte tun, Blazer. Zwei und jetzt Roshan. 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 And we nice! Luca! Yeah! Now you're officially aimed!